so mal schauen wo wir gewesen sind hier hatten wir ja noch ziemlich viel zeug das sieht doch gut aus dankeschön jetzt haben wir schon 10 billiges altes spielzeug boot vielleicht würde das petra interessieren okay ist das ein quest gegenstand oder und noch mal noch ich weiß gar nicht wo ich hier anfangen soll ich habe mal wieder ein paar schuhe oder ein paar füße beine was auch immer eine fieder ich dachte schon das sei irgendwie anders aus als sonst ist hier noch irgendwas in der nähe ich bin wieder so ein tennis schläger was soll ich mir dem scheiß das einmal zu kriegen reicht doch nein das muss man irgendwie ständig kriegen jetzt hallo was ist denn los mit dir geht doch mal hin ja da war noch was in der nähe nach dessen motor dankeschön schläger die luft aber du da schaltkreise und ein brillenglas alter hier ist auch hier ist auch wieder so viel schmiermittel schmiermittel komm schon gibt mir noch so einen ollen topf einmal spielen bringen glas vielleicht brauchen wir das aber auch noch zum kraften wer weiß werden weiß wer weiß soldat mit zepter ich finde es eben so ein bisschen blöd dass diese ganzen statuen und artefakte uns eigentlich diverse kisten zumüllen und wir noch nicht mal annähernd soweit sind dass wir irgendwie die spenden können fürs museum oder irgendwie sowas weil wir einfach noch kein museum haben das finde ich so ein bisschen ja ein bisschen blöd strukturelle ästhetik oder unten haben wir ein wunderschönes wo es wahrscheinlich sowieso nur irgendwie wieder 300 milliarden sofas gibt einfach nur sonst sonst eigentlich gar nichts außer jede menge sofas guck ganze menge sofas sonst einfach ja nischt und ich nehme die sofas definitiv nicht mehr mit oh ein silikonchip zudem den nehme ich natürlich gerne mit das hat sich schon gelohnt weil diese silikonchips habe ich das gefühl die sind selten so da haben wir noch was ich sehe auch gerade sehr viel ich sehe durch so eine ritze und es ist nicht meine was haben wir denn hier eine kiste eine kiste eine kiste da ist noch einer alles klar direkt nebeneinander wieso nicht hallo hier war ich auch schon mal ich erinnere mich an das viech da oben das mir das mich vergiftet hat ein zauber würfel ein zauber würfel traditionelle mütze aus meiden höhle mysteriöser mann ok kritische treffer chance auf fünf prozent uuuh dann nehme ich doch lieber die krit chance und wenn wir hier kein eimer finden den letzten können wir dann auch herstellen ich muss dann bloß wieder so ein kupfer dingen sind auftrag geben jetzt auch wieder voll viel hier gerade eine fliege auf dem tisch erwischt sagbar so was ooooh uuuu uuuu hallo meine liebe feder 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 Wo ist das? Eine Eulenuhr, Teil 4. Okay. Eine Eulenuhr. Ich hätte gerne noch einen Eimer. Oder ein Silikonchip, meinetwegen. Sag ich auch nicht nein. Aber im Grunde bin ich eigentlich für alles dankbar. Ist das, wo wir daher kam? Nö, das ist schon wieder ein anderes. Im Grunde bin ich für alles dankbar, außer für Waschmaschinen. Und Sofas, Waschmaschinen und Sofas, das brauche ich nicht. Und diese Tennisschläger, die brauche ich auch nicht. Aber so für Materialien, da bin ich immer, da sage ich nie nein. Das kann ich immer gebrauchen. Habe ich zufällig was zu essen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Macht nichts. Komm, wir wollen hier nochmal her. Schade. Ich hoffe, ich finde das dann auch nochmal. Es ist romantisch, bei der Verabredung die Sterne anzuschauen. Oh, hallo, warst du auch hier am Rumfuhrwerken? Klatsch, bumm. Äh. Äh, wo bin ich denn? Ah. Ups, ups, ups. So, nochmal ein Kupferrohr, please. Hier kann ich eigentlich auch mal ein paar Kupferbarren machen. So, wie schaut's hier aus? So, Ruine. Artefakte, da haben wir ein neues bekommen. Sogar zweimal das gleiche. Ach so, genau, das war das hier. Ähm. Das nehme ich neu mit. Genauso wie die da. Dass mal wieder was entdeckt werden kann. Ich habe das Gefühl, das taugt irgendwie nur zum Verkaufen. Genauso wie das wahrscheinlich. So, das nehme ich auch schon mal mit. Wie lange braucht der denn? Ach, guck mal, 40 Minuten. Das kann man eigentlich schon machen. Und dann müssen wir das Wasserrad fertig haben. Und wir haben ein fettes Gewitter. Komm schon, beeilig. Ich glaube, ich breche erst um drei zusammen, glaube ich. Es wird spät. Du solltest dich hinlegen. Oh, holz. Na. Pferd, du bist im Weg, Mensch. Blödes Tee. Ah, Moment. Lauf wie der Wind. Nyaum. Ach, Quatsch. Was machst du denn? Hä? Hallo? Willst du mich verarschen? Jetzt setzt er die nicht ran, weil er die ganze Zeit diese alten Teile zurückholen will? Dankeschön, du blöde Kuh. Muss ich erst schlafen gehen, ey. Weil ich sonst wieder zusammenbreche. So, aber jetzt. Dämliches Weib. Ups. Ach so, bauen und platzieren. Boah, ich bin schon erschrocken. Ich bin gerade schon erschrocken. Ich dachte, ich hätte jetzt was Falsches gebaut. So, das kommt mit. Das kommt mit. Nein, ich will das so. Ich muss jetzt wahrscheinlich sowieso überall warten. Oh, ne, doch nicht. Ähm. Ah, stimmt. Das musste ich ja, das musste ich ja hinten. Stimmt, das war ja da hinten irgendwo. Das war ja hier. Ich erinnere mich. Äh, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Ach, wahrscheinlich hier. So. Wasserlager und Sprinkler. Willst du mich verarschen? Boah, alter. Das sind übrigens auch, da. Das sind übrigens auch Teils, solche Sachen, wo ich mir dann denke, oh, langsam habe ich echt keine Lust mehr, weil ich ständig irgendwas heftiges bauen muss. Und, ähm, da ständig Ewigkeiten warten muss und da gucken muss und hier gucken muss. Ähm, nach einer Weile, glaube ich, äh, wird das echt auch ein bisschen viel. Aber bisher ist es trotzdem, tatsächlich trotzdem immer noch angenehmer als bei Garden Paws. Weil da musst du ja ständig irgendwas sehr, sehr Teures machen. Was heißt hier Mühe gegeben? Ich hab's durch Zufall gefunden. Was willst du? Oh, Beziehung zu Petra hat sich geändert. Okay. Äh, Forschung, please. Macht der Wissenschaft Errungenschaft. Gib mir noch 30. Nö, danke. Ich warte lieber eine Weile, aber dann habe ich wenigstens was. Wenn ich jetzt irgendwie ein paar tausend hätte, hätte ich gesagt, gut, okay, kannst was haben, aber... Nee. Ach, das habe ich alles schon? Okay, da kann ich eigentlich nichts mehr machen. Ich kann mir nur diese Motoren kaufen. Gut. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas Besonderes gekriegt dafür? Nö. Okay. Dann halt nicht. Entschuldige, mein Schatz, ich habe leider nichts zu essen für dich einstecken. Boah, ich muss mir dann aber auch endlich mal was zu essen machen. Oh, wobei, warte mal. Ich könnte mir doch jetzt auch so ein Viech fangen. Geht das jetzt nicht auch? Weil ich habe ja einen Stall. Nehmen, ausruhen, gegenstand, überprüfen. Ich gucke mal nach dem Haar, nach dem Dünger. Die haben es auch wieder nötig. So, einmal Ruinen. Ich nehme das gerade mal. Ich hoffe, ich kann das verkaufen irgendwo. Was wollte ich jetzt? Das weiß ich schon nicht mehr. Ach ja, ich wollte gucken, ob ich so Dinger fangen kann. Solche Fangboxen wollte ich mal gucken. Waren die hier? Ja, Fangkiste. Oder kann ich sogar welche machen? Nö. Ich hätte gerne mal eine. Eine Fangkiste. So, wo ist die da? Ach, Pferd, du gehst mal auf den Sarg. Hau mal ab. Ach, Kopfsalat und Kumin. Apfel, goldener Ginseng. Habe ich nicht. Kopfsalat und Kumin. Müsste ich eigentlich haben. Ähm. Kumin. Ah ne, das war kein Kumin. Das war Koriander. Nein. Okay, dann packe ich dich mal hier dazu gerade. Aber Kopfsalat habe ich. Aber wo kriege ich denn Kumin her? Ach. Huch. Kumin. Hatte ich das? Hatte ich das schon mal? Das weiß ich gar nicht mehr. Kumin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. War das hier drüben? Oder war das auf der anderen Seite drüben? Geh mal weg, bitte. War das das hier? Ne, das ist Koriander. Nehme ich aber trotzdem mal mit, wenn ich eh schon da bin. Äh, kann sein, dass das Kumin in diesem Ödland da gewesen ist, wo wir auch schon waren. Wo der Zugang in der Stadt ist. Kann sein, dass das vielleicht Kumin war. Ich kann mich aber auch täuschen, dass das gar nichts war. Aber wir können hier mal schauen. Vorausgesetzt ich... Was ist das für ein Haus? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das Haus. Strange. Sehr strange. So, war das vielleicht hier das Kumin? Bambus, Bambus. Ich glaube, das sieht auch nochmal aus wie Bambus. Das sieht auch aus wie Bambus. Aber ist egal, ich nehme das auf jeden Fall mit. Was ist das? Sieht aus wie etwas der alten Welt. Wurde noch nicht mal übersetzt. Geil. Oh, eine Kiste. Marmor. Wow. Ups. Vorsicht. Ach guck mal, hier kann man Dingens machen. Oh, hier ist eine Mine. Da will ich rein. Da will ich gucken. Kläranlage Level 10 bis 15. Verbrauchte Zeit, drei Stunden. Ich glaube, hier war ich schon mal. Da muss ich frühmorgens mal her. Irgendwer. Hallo? Jetzt hebt das doch mal auf. Och, Leute. Geh weg. Ja, das ist Ingwer. Schade. Nein. Das soll kein Irgendwer sein. Aua. Drecksvogel. Hallo. Geh doch mal außen rum. Oh, was bist du denn? Ja. Ich komme gar nicht richtig dazu, zu gucken, was das für Viecher sind. Also wie die heißen, weil ich die dauernd angreifen muss. Und hier wird es gerade irgendwie richtig dunkel. Also hier im Spiel wird es gerade richtig dunkel. Und ich sehe nichts mehr, weil langsam die Sonne reinknallt. Also weil es bei mir hier hell ist und das Spiel ist dunkel und ich sehe da kaum noch was. Also es gibt hier nur Ingwer und, äh, das andere Gelumpe. Was natürlich suboptimal ist, da ich nicht weiß, wo ich jetzt das Kumin herkriege. Gut, dann war es das wohl mit Tierchen anlocken. Bis ich weiß, wo ich das Kumin herbekomme. Hä? Was willst du denn? So, einmal Tonken. Du am besten auch. Geh mal weg da. So, dann hätte ich gerne ein paar... Äh, ja. Ne, weißt du Bescheid. Ein paar Pflanzkästen. Da hätte ich vielleicht mal, ich weiß nicht, zwei Stück mache ich mal. Wo ich die... den Weizen hinpflanze für das Futter. Okay. Ich glaube nämlich, das werde ich brauchen. Der ist für alle Jahreszeiten sehr schön. Schwupp. Und schwupp. So, bitte alles einsortieren. Ich glaube, ich muss auch mal wieder gucken, dass ich Dünger mache. So. Jetzt ist eh viel zu spät. Äh, wo war das noch? Ich glaube, hier war das, ne? Hier war das, glaube ich, mit dem Dünger. Ja. Oh, guck mal, da kann ich sogar... Schleim, Kot und Knochen. So, viel Spaß. Und ich gehe dabei schlafen. Ah, ne, erst ernte ich hier noch. Danke. Erst wird noch geerntet. Äh, hier mache ich auch mal dat. Und dann gehen wir erst mal ins Bett. Ist schon wieder sehr spät. Oh, ich bin auch schon wieder deutlich über der Zeit. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann bis gleich. Tschüss.